Hallo zusammen, ich heiße Petra Kurikova, ich bin tschechische Triathletin. Dieses Jahr habe ich die Silbermedaille bei der Europameisterschaft geholt. Und wie habe ich überhaupt geschafft, dass ich bei dem Leistungssport so weit gekommen bin? Es gibt sehr viele wichtige Sachen für mich, das heißt meine Familie, mein Trainer, mein Freund, meine Sponsoren, einfach alle diese Leute, welche an mich glauben, sind für mich sehr wichtig. Dann brauchst du sicher auch sehr viel Ausdauer und Leidenschaft für das, was du machst. Und dann gibt es auch viele verschiedene Hilfsmittel. Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass ich gesünderes Wasser trinke. Ich benutze so spezielle Aufkleber, es sieht so aus. Diese Aufkleber harmonisiert, dass Wasser welcher drin ist und dann kann mein Körper diese Flüssigkeit etwas besser aufnehmen. Dann für meine Regeneration ist sehr wichtig, dass ich gut schlafen kann. Wir haben in der Wohnung so ein spezielles Gerät, es heißt Harmonai. Diese machst du so in Steckdose rein. Es nimmt keinen Strom raus, aber es polarisiert alle Strahlung in der Wohnung um. Dann ist diese elektrische Strahlung etwas gesünder für unseren Körper. Dann, wenn ich unterwegs bin oder am Reisen bin und so, habe ich immer das Blumen des Lebens Amulett bei mir dabei. Das kannst du da sehen, das ist mein Amulett. Dann habe ich auch so spezielle Aufkleber auf meinem Handy. Dieser reduziert auch die Strahlung, welche draußen ist und bei den Rufen und Schreiben und so. So, das habe ich auch dabei. Und dann ist auch sehr wichtig die Ernährung für mich. Wir benutzen zu Hause so eine spezielle Platte, welche aus dem Metall ist. Es funktioniert ganz einfach. Du legst die Lebensmittel drauf, lasst du kurz harmonisieren und dann hast du Essen, welche bessere Qualität hat. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Dinge, welche ich empfehlen kann. Du kannst alles auf dem Web schauen. Es heißt ambitions.live. Und ja, schau mal auch weiter und mache etwas Besseres für deinen Körper. Also viel Spaß. Ciao. Ciao.